Und damit herzlich willkommen zurück zu EOS 2150. Auf zum Akme-Labor. Ach, das werden... Das wird schnell gehen. Von daher ist das hier absolut kein Problem. Kurz warten bis der Transporter da ist. Dann dahin und dann einfach nur zugucken. Und dann können wir das hier auch so relativ beenden. Ja, relativ. Dann beenden wir die Mission. Der Transporter ist angekommen. Und dann wird wahrscheinlich auch schon gleich sofort die zweite ankommen. Ja, dann drücken wir mal F und genießen wieder mal die Show. Wenn wir auf OK drücken. Show kann beginnen. Ja, ich bin viel schneller als du. Ist in Ordnung. So, dann testen wir mal, wie gut wir aushalten mit 69 Leben. Das ist eine Menge, ja. Gut. Und dann unsere Generation. So, und jetzt die Waffe. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu. Forschung wurde abgeschlossen. So, bitteschön. So, und ich erforsche gerade, äh, die Moons. Und, abgesehen, ähm, okay. Ich musste die erstmal upgraden, um die beiden zu bekommen. Warum nicht? Bevor ich es vergesse. Bevor ich mir denke, warum kriege ich keine Crater oder so? Warum kann ich die nicht erforschen? Naja. So, na dann. Auf. Zur Basis. Tschüss. Chirio, Chisikowski. So, Mission benden. Yep, dankeschön. Und auf. Zum Atman Labor, Nummer 2. Wir haben nur noch sehr wenig Energie. So, und das ist erstmal, ja, ein Prototyp. Prototyp Peng, den wir noch nicht steuern können. Er ist schneller als den Moon, nimm mal hin. Mal gucken, ob er auch so viel aushält. Ja, greift zumindest an, wir mal hin. Also, 3,80. Ack hat nichts regeneriert, wow. Ist so gut. Aber regeneriert. Okay, okay. Es ist normal. So. Na dann, auf geht's. Zum Atman Labor, Nummer 3. Ah, da kriegt er sein Schild, ja. Gut. Was hier will ich nicht haben? Wer das Peng sofort dahin kann. Ja, ja. Wetter ist in Ordnung. Unser Gebäude wird angegriffen. Ja, ja. Okay, ne. Transporter. Produktion beendet. Ich hab kein Geld. Oh, hätte ich Geld, dann könnte ich hier ein Schild drauf machen. Ah. Gebäude verloren gegangen. Das Ferne. Wurde der Haut nach einiger Zeit Automatisch ab. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber jetzt. Der Transporter ist angekommen. Kenner. Lauf sofort zu dem hier. Gott. Bist ja viel schneller also, von daher. Takira. Viel, viel schneller bist du. Takira doch. Takira. 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 Oh, ich hasse diese... Hasse diese... Lahmarschigkeit dabei. Ah. Gott. So, schaffen wir das bitte jetzt? Ja, komm, schieß mich ab. Schieß mich ab. Ja, sehr schön. Schon besser. Noch hier runter. Komm, schieß während der Sniff ab. Jetzt. Danke. Danke. Huh. Hasse, das ist... Das ist schlimm. Das ist bei der mich... Ah, das muss ich machen jetzt noch. Ah, nur zurück zur Haupassis. Ich hab das schon immer... Ah, diese Reaktionszeit ist teilweise... Ah, wie so... Das Geschütz muss ich erst mal drehen. Ja, es ist klar, dass es... Es ist nicht so... Sofort da. Es ist schön. Aber es ist bei mir in dem Fall einfach nur nervig gewesen. Aber das war's komplett mit dem Akma-Labor. Falls es euch ein Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns dann in der nächsten... Folge wieder, wenn der Transporter... wieder da ist. Na? Ja, ja, so. Na dann. Cheerio. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann! Untertitelung des ZDF, 2020